Ja Hallöchen, hier spricht Heinz Strunk und die Geräusche hinter mir, das sind die Ärzte. Ich tritt beide Stunden ganz fest zusammen und sag 1, 2, 3 und Bühne frei. Ich sitz hier schon ne ganze halbe Stunde, ein Gedanke macht im Kopf die ganze Zeit die Runde. Was schreibt man für nen Text in dieser wirren Zeit? Wozu seid ihr bereit? Wo krieg ich nur ein kleines bisschen Durchblick her? Bin kein Leichenzähler und erst recht kein Mutterficker. Ich bin BDR-P-Lauf, bestimmt kein Hausmeister und ich red nur scheiß daheer. Das ist für jeden hier klar, denn offenbar bleibt nichts, wie es war. Und sag doch etwas Bestand, schmeiß an deine Wand, ich meinen Verstand. Man soll nicht meinen, wie viel Zeit der Mensch darauf verwendet, möglichst Dinge zu tun, die die Existenz beenden. Die Evolution ins Gliederzeit gefickt, ja das ist verrückt. Die Zeiten sind schlecht, das wisst ihr, das weiß ich. Alles ungerecht, alles langweilig. Das ist für jeden hier klar, denn offenbar bleibt nichts, wie es war. Das ist für jeden hier klar, denn offenbar bleibt nichts, wie es war. Und sag doch etwas Bestand, schmeiß an deine Wand, ich meinen Verstand. Das ist für jeden hier klar, denn offenbar bleibt nichts, wie es war. Und sag doch etwas Bestand, schmeiß an deine Wand, ich meinen Verstand. Das ist für jeden hier klar, denn offenbar bleibt nichts, wie es war. Und sag doch etwas Bestand, schmeiß an deine Wand, ich meinen Verstand. Und sag doch etwas Bestand, schmeiß an deine Wand, ich meinen Verstand. Das ist für jeden hier klar, denn offenbar bleibt nichts, wie es war. Und sag doch etwas Bestand, schmeiß an deine Wand, ich meinen Verstand. Ich meinen Verstand.